hi leute herzlich willkommen zur nächsten folge zu meinem let's play vom spiel city skylines in der letzten folge habe ich hier mich ein bisschen in den zweiten frachthafen des holzfälle viertels oder holzviertels gekümmert und ein bisschen schwer getan mit dem anschluss von der straße und wir haben es einfach so gelöst auf screen nämlich einfach hier eine brücke reingezogen habe also hier quasi das terroir ein bisschen abgesenkt habe hier quasi einbahnstraße eingebaut habe also wir können die ecke ist direkt vom frachthafen aus über diese einbahnstraße auf diese meersprügge weiterfahren und gelangen dann alle richtungen oder sie fahren hier wieder zurück oder von hier entlang und es gibt hier keine staus ganz einfach hier gibt es schon ein kleinerer staus weil hier eine ampel ist aber das ist so gering und das macht so wenig aus also wenn man hier schaut es ist hier rot hier warten jetzt zwei fahrzeuge nebeneinander und also vier fahrzeuge insgesamt und die fahren einfach hier weiter der blickt wahrscheinlich jetzt rechts ab oder hat er ein blinker sieht man es nicht ne der fährt gerade aus ok ja gut ansonsten ansonsten läuft es hier eigentlich ganz gut also ja wie gesagt keine staus hier oben ja hier oben schaut es wieder ein bisschen anders aus hier gibt es endlose staus was haben wir hier für problemen nicht genügend käuferprodukte aber andererseits habe ich gesehen was hier war es zum beispiel da nicht genügend verkaufswaren also erst einmal zu wenig waren und dann wieder zu wenig bekäufer irgendwas stimmt da nicht aber egal egal das ist glaube ich nicht mein problem das passt schon so ich schreibe es mal kurz was haben wir hier ich habe folgendes vor und zwar in dieser folge gern ein kleines neues viertel gestalten und zwar für sieht man es für ein stadion und zwar ich kann nur eins von diesen vier bauen glaube ich oder kann alle vier bauen ich weiß es nicht genau obwohl ich teste jetzt einfach mal hier eine straße zack können wir abreißen und hier ein stadion das ist ja schon cool aber ich würde sagen ich brauche erstmal ein stadion ein stadion muss reichen und zwar vom ob so was hier fc barcelona gestalten gefällt mir am besten also so ein fußball mäßig habe nichts am hut interessiert mir auch weniger ja so viele schiffe unterwegs wahnsinn ja das neue kleine viertel würde ich gerne da ein bahn wo es eine eisenbahn verbindung gibt auch hier eisenbahn ja das läuft würde ich sagen züge fahren alle richtungen sehr schön ja da ich hier die einzige eisenbahn anbindung hätte also quasi bei diesem viertel für passagier verkehr genau welche irgendwo das viertel rein bauen denn hier unten ist alle schon zugebaut und das gleis endet wo ist der passagierbahnhof da ist er genau das gleiche endet hier und hier geht es halt nicht weiter Sackgasse ja fahr einfach hier oben mal an hier ist es gleich vom passagierbahnhof das werde ich hier ein bisschen einkürzen so in etwa Spiel kurz anhalten hier die autobahn ein bisschen umbauen ein bisschen umbauen hmm obwohl ich baue ich gleich bis hier um wenn wir schon dabei sind machen wir es gleich richtig jawoll die autobahn ist weg das heißt würde ich gerne die autobahn komplett auf stützen setzen hmm halt ne doch das geht schon wir haben hier so eine leichte kurve ein oder ne erstmal gerade bis da ungefähr genau hier muss man die fahrtrichtung mal umkehren ist klar hmm gehen wir hier so rüber jetzt parallel zum güter güterverkehrsgleis so in etwa genau und jetzt hier wieder gerade wenn das irgendwie möglich ist okay wäre ich bisher schief aber bisher wurscht muss ich nicht so genau gehen oder ja bisschen auseinander hm ich muss irgendwie dann noch rüber noch kommen mach mal so und hier genau so so ja muss ja nicht gebaut sein wie wenn es mit Zirkel und Geodreieck gebaut wäre das schaut ja auch nicht schön aus jetzt haben wir bestanden dass ich hier irgendwie herkomme jo jetzt kommen sie los ne so jetzt muss ich hier das Gleis äh das Gleis sag ich die Straße natürlich muss ich hier irgendwie ähm ja komm geh weg nein seltsa ähm muss ich hier wieder aufs normale Niveau runterkriegen also quasi so und dann ich werde eh eh noch 20 mal umbauen also ist er hier momentan egal na so und dann so ja ok ne nicht wirklich oder mach mal anders mach mal quasi so und dann komm hier eine Ebene nach unten na komm Straße jawohl gleich viel besser Fahrtrichtung wieder umkehren halt aber passt das jetzt was ich mach jo kommen lassen obwohl eigentlich ist eh die Stadtsgrenze äh oh es läuft fertig wenn wir schon dabei sind hier kann nix mehr wegreißen oder äh schade außer aber ist so schnell äh ach viel besser hier haben wir Kerzen gerade so in etwa und ja es geht wieder so ein bisschen ein kleines bisschen zusammen aber das ist nicht schlimm das kann man kann man so lassen obwohl hier könnte ich ja die Stadts erstmal so runtergehen lassen und dann so genau und auf der Seite genau das gleiche ja schon gar nicht schlecht aus können wir so lassen hier ist eine kleine Kurve drin na egal ah hier hups Straße falsch rum jetzt passt's ja gut dann haben wir das auch schon mal erledigt ähm hier kommt auch eine Autobahnausfahrt hin man muss schauen wie ich das genau mache denn hier unten drunter verläuft das Gleis für den Güterverkehr hier aber die Ausfahrt so ein bisschen länger hmm auf der Seite ist dann logischerweise die Auffahrt ne das geht nicht jawohl das geht hier geht die Straße wieder auf den Boden runter hmm jawohl das geht auch dann haben wir hier die Auffahrt die Auffahrt jetzt hier auch so ein bisschen in der Länge na jetzt kommt dann eine Stütze hmm jawohl das geht auch hoch jetzt gibt es hier einen Stau warum denn hmm hier die Straße muss ich die Richtung wieder ändern logischerweise denn hier ist eine Auffahrt und keine Abfahrt ähm genau hier das muss ich irgendwie hm wie mache ich das erstmal die Straße auf der anderen Seite setzen dann sehen wir sie ja was da rauskommt so in etwa so in etwa den Baum machen wir weg den auch also ein bisschen aufräumen ja gut ähm halt die Straße muss wieder umkehren hier ist eine Auffahrt und keine Abfahrt so jetzt geht theoretisch wenn wir hier runter fährt vor der Autobahn ähm ist diese und diese Straße gleich sind ja beides Auffahrten ok dann was hier schon mal falsch gemacht hm ich überleg grad wie ich das machen könnte so beides auf eine Straße rausgehen hm oder ich machs ganz anders ich machs ganz ganz anders und zwar ich reiß das hier nochmal ab hm ich hätte jetzt auch nochmal ein bisschen zu lange hier kommt ein Güterzug hey ja gehen wir mal ausnahmsweise in den Untergrund bisschen länger ziehen jawoll das geht dann gehen wir hier rüber das ist eigentlich genau spiegelverkehr oder ja verkehr von der Seite ne das passt schon das stimmt ausnahmsweise genau hier kann der Verkehr dann wieder an die Oberfläche kommen genau äh hier die Straße hätte doch gepasst hm aber da her da hin dann die Straße geht hier so ein Stückchen weiter wird die Straße knüpft dann hier quasi an bei diesen zwei Straßen ist eigentlich klar wie das wieder der Verlauf ist einmal so und einmal naja ne nicht wirklich so genau hier die Straßenverlauf wieder umkehren genau genau richtig so hier das muss ein bisschen angleichen denn hier ist er noch zu lange hm hier war eine fette große Straße mal schauen wie wir das machen hier kommt der Passagierverkehr da kommt dann irgendwie da rüber aber so groß muss die Straße auch wieder nicht sein oder da reicht dann so eine normale Straße aber da werden viele Bus unterwegs sein also machen wir es mit Buslinie oder Busfahrspur genau jetzt kann ich diese Straße ups ne das wollte ich jetzt nicht die Straße kann das hier anschließen und die Straße ups kann ich hier anschließen hier die Fahrspur wieder umkehren wo eigentlich die meisten Fahrzeuge wir würden glaube ich in diese Richtung abbiegen also machen wir das zu der ähh Haupt Hauptstraße ähm na so und hier machen wir das so jawoll ja schaut sogar einigermaßen symmetrisch aus kann man so lassen oder? ich denke schon auf jeden Fall hier die ganzen grünen Bäume diese hässlichen Plassigbäume weg damit ja ok alle kann ich eh nicht abreißen gut dann habe ich hier mal äh die Fläche fürs Stadion äh da werde ich noch ein bisschen in die Länge ziehen denke ich mal so in etwa oder 1 2 2 Einheiten ungefähr bis daher mhm die Hauptstraße oder die Straße wo das Stadion dran legen wird wird auf jeden Fall die Einbahnstraße mhm wow das ist riesig wow das ist riesig ok ne das ähh muss ich noch mal ändern und die Straße noch ein bisschen länger ziehen wow heftig doch ganz schön groß ähh gehen bis da vor ey schweil falsche Straße neee so jetzt auch halt ähh Einbahnstraße wollte ich machen Einbahnstraße auf der Straße auf der Straße kommt dann auf der Seite kommt natürlich dann auch noch irgendwas hin was gleichwertiges zum Stadion war jetzt jetzt äh für der Größe einigermaßen Platz war fett war fett oder direkt da her hm hm ja das gefällt mir jetzt nicht so ganz oder machen wir es doch da her oder da her an der Hauptstraße das da her mache einer Seite einerseits freuen sich da alle die die hier wohnen aber hier wohne noch keiner haha das wäre schon cool hier eine Bushaltestelle U-Bahn Haltestelle hier haben wir so einen kleinen kleinen Stadionpark jetzt machen wir hier anders oder kann ich es hier nochmal ändern irgendwie quasi am Stadion entlang der Straße kann ja bloß Fahrtrichtung mit umkehren so jetzt aber ähm gehen wir da her und dann 90 Grad-Kurfe perfekt na mag nichts hm geht immer so anders machen ja jetzt gehts komisch weil sie haha ah ich wollte ja hier eine 90 Grad-Kurfe entlang aber ach komm da war es ja gerade das war jetzt ja sehr schön einigermaßen gleich rund hm die Straße die sollte dann eigentlich ja so gefällt mir das auch wieder nicht äh die Straße geht erstmal geht von hier aber wir machen eine Brücke rein halt Brücke ja wir können ein Stückchen gerade machen so jetzt hier die Brücke genau denn die Straße muss eher auf diese Seite anschließen anstatt auf der anderen ähm sonst ist hier der Verkehr wieder zu groß könnte man hier auch eine normale Straße machen also quasi gehts dann hier wieder bergab so in etwa naja bis da ja ungefähr dann hier eine 90 Grad-Kurve das einigermaßen symmetrisch ist genau genau hm obwohl ich nie mal diese Straße ziehe bis daher hm 90 Grad-Kurve ja das ist gleich ein bisschen ja das war kein 90 Grad-Kurve das war ein bisschen zu viel ja das gefällt mir auf jeden Fall besser das geht bis da her wir haben hier diese Straße die bis dort hin ungefähr genau das kann mich hier auch noch mal so ein kleines äh Gäbegebiet einziehen hm oder da ja ich will jetzt diese Straße nicht arg zu belasten oder machen wir es so ja perfekt genau so passt es schon besser das ist hier eine Einbahnstraße oder kommen wir jetzt hier ein Zebrastreifen jetzt passt es ok jetzt kann ich hier noch andere Sehenswürdigkeiten einbauen ähm zum Beispiel was haben wir hier Großbibliothek ah ok das ist zu groß ne Opernhaus ja passt genau rein ist ja gell hm da werden die Busse aber hier reinfahren und dann hier umdrehen müssen dass sie zum Opernhaus hinkommen macht nix kann man machen was gibt es denn sonst noch in der Auswahl ein Hotel ne ne das brauchen wir auch nicht Aquarium habe ich hier gesehen genau hm hm ne das gefällt mir auch nicht ganz was haben wir hier Theater der Wunder ok das kann man hier hin machen oder so jo warum nicht dann äh bekommt dieses Viertel hm hm aber hier ist ja die Zufahrt und Abfahrt müssen theoretisch hier vorne die Feuerwehr und Polizei sein Feuerwehr und Polizei genau haben wir das auch schon mal ähm Krankenhaus eigentlich nicht nicht aber das ganze machen wir zum ups wo geht das nicht also falsch so na wo geht das hier noch nicht jetzt so zum Gewerbegebiet zum großen Gewerbegebiet hm hm hier das nämlich auch noch mit obwohl hier hier könnte man nochmal zwei Einbahnstraßen einbauen machen ungefähr so bis da her genau zwei Einheiten also quasi bis da her hm nennt sich grad Kurve ne das war keine schöne Kurve ja genau der Seite genau das gleiche halt falsch ne ne jawoll und jetzt kann ich hier diese Straße mit dem verknüpfen aber ich wollte es gerade machen ist schief komm gerade äh spürt kurz anhalten ähm so und so und dann von hier aus so rüber ja ok kann man machen muss aber nicht ähm ähm so und hier genauso jawoll dann ist das Gebiet schon mal gut gefüllt hier mal nur kleine Büroflächen rein äh so diese Flächen werden zu Büros und der Rest wird Gewerbe sehr schön cool ob das so Sinn macht ist halt die andere Frage denn sogar wenn man fährt von dieser Hauptstraße aus fährt man weg fährt entweder hier ne man kann man kann nur hier rumfahren genau hier oben drüber dann hier rüber hier rüber und dann auf der Seite wieder zurück das ist die einzige Straße obwohl hier so viel Verkehr wird auch nicht erwartet oder? hm das heißt wenn jetzt die Busse hier anhalten wo fahren die dann hin? ja das ist die andere Frage wo fahren die Busse hin? ja die werden wahrscheinlich hier rüber fahren vielleicht hier umdrehen und dann da wieder zurück ja das macht ja wenig Sinn ähm am besten das Gebäude alles machen wir nochmal weg machen wir hier nochmal so eine so eine Schleife zum umdrehen halt äh da brauche ich die Straße da steht hier wieder eine Ampel aber hm ja egal oder? was anderes so so ein bisschen Länge ziehen ungefähr gleich lang oder? ja kann man lassen dann ja ja ich nehme das andere Tool oh ich will keine Kurve machen und keinen Kreis so jetzt so genau na ja ja muss ich nicht so genau jetzt sehen ja ok ja genau da kann ich den Fahrzeug umdrehen also die ganzen Busse sind gemeint achso und das eine Theater was war das da? Theater der Wunder aber jetzt könnte man da her setzen na vielleicht vielleicht da her und nehmen wir noch ein Gebäude dazu statt des Wohlstands ja ne ne das machen wir anders äh das kommt weg und dafür kommt der Park dahin und der Park dahin jawoll sehr schön ja cool dann würde ich sagen war es das für diese Folge vielen Dank fürs Zuschauen und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder wenn es heißt Let's Play City Skylines also macht es gut bis dann ciao wo 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 wo